Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute machen wir mal wieder einen Eilauf. eine Kulifel zum Teelein und in den Schrauben auf die Kulifel auf der Ölstraße zum Teelein. Ansonsten, die die eine Kulifel auszunehmen, die die Kulifel aufzunehmen, die Farben in Niveau aufzunehmen. Ich sch grande, die Kulifel, die Kulifel und das schnelle muss alles für sie aufzunehmen. Dann haben wir eine Kulifel-Sagen. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss.